So, wir gehen heute rein in die Drill Bay. Drill Bay? Ich glaube deutscher kann man das nicht sagen, nicht nur das heißt Drill Bay. Aber vorher checken wir ab, was im Server rum so abgeht. So, wir kommen wieder zur nächsten Folge. Ich hatte richtig Bock weiter zu spielen und bin jetzt wieder hierher gelaufen. So, los geht's. Ich bin schon gespannt, was jetzt auf uns zukommt hier. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung. So, auf jeden Fall wird es jetzt mal dunkler hier, weil irgendjemand das Licht ausgeschaltet hat natürlich. So, das Spiel wird mich auf jeden Fall erschreckmäßig richtig abholen, denke ich mal. Alien Citizen on Mars. Sind das alles Hinweise auf das, was passiert ist hier? Aber gut, ich meine Stichwunden sind jetzt nicht der Garant für eine Runde A in Action. Okay, das heißt hier können wir noch nicht rein. Uns fehlt natürlich die nächst passende Karte. Naja, wir werden sehen. Das können wir noch ein bisschen schneller laufen hier. Super. Ich finde es so lustig, dass sie das extra gepatcht haben, weil sich alle aufgeregt haben, dass das so langsam läuft. So, auf in die Drill Bay. Vielleicht finden wir ja hier jemanden, der die Karte noch am Start hat. Um tatsächlich in den Serverraum zu gelangen. Ich weiß nicht, ich habe davor nie was gehört von dem Spiel. Aber so ging es mir auch mit verschiedenen anderen Spielen. Die richtig, richtig gut waren. So wie Shibi zum Beispiel. Wer Bock hat, sich Shibi anzugucken. Und wie ich das durchspiele. Ich habe eine eigene Playlist für so Minigames. Da ist bis jetzt ein Game drin. Und das ist Shibi. Ja. Zieht euch jetzt einfach rein. Das ist richtig, richtig schön gemacht. Solid hat hier seit Jahren gearbeitet. Sie muss sich anfangen, zu zeigen, dass sie ihre Zeit zeigen. Ich glaube, wir sind lange über das. Solid, Vintage. Wir sind zurück in der Bar? Nein. Ich wusste, ich sollte die Bottle mit mir nehmen. Was? Es ist nach der Nacht. Ich bin offiziell auf dem Weg. Nice Vacation, man. Richtig gut, der Urlaub, man. Ach, die gute alte... ...required Access-Kartigorie. What the fuck? Ah, da hat es aber Ihnen aber Rentschen abgeholt gerade hier. So, das war nur eine Batterie, um wahrscheinlich das hier zu reparieren. Das sieht relativ gut aus. Gut. So, was haben wir hier? Ist das eine Karte? Jawohl, Level 3 Access-Karte. Check. Hier ist noch andere lustige Kram. Hier ist wieder eine Aloe-Rivera-Pflanze. Gucken, wie die heißt. We can change things don't give up, aha. Okay. So, dann schauen wir mal hier in den Rechner rein, was der so... Okay, jetzt eine knappe Lieferung. So. Okay. Okay. I think that's working now. Yep. Everything here is broken. Befade, Miu. Okay. Surface trips are still progressing, despite the increased demand from Helen. This cycle has... It's been a tough one. Morale around the team remains good as the storm season approaches. Most are looking forward to a break. The power outages here don't help, but we've done our best to manage. Gut zu wissen, mein Freund. So, das ist die Bohrstation. Sicherheitsstation, aha. Gut, sieht jetzt nicht wirklich nach... Irgendwas Aufregender aus. Vielleicht die... Warum würden sie diese brauchen? Einen unentschiedenen Tic-Tac-Toe. Heißt das so überhaupt? So, jetzt können wir hier durch endlich. So. Holy Assos, war ja auf dem Kamerambilden gerade zu sehen. Da habe ich ja nicht aufgepasst. Das tut mir wirklich leid, Kollege. Entschuldigung. Jetzt müssen wir das ganze restliche Spiel humpeln. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Was ist passiert? Was war das? Ja. Oh. Ein Fakt für mich. Es kam gerade an mich. Wie? Keine Ahnung. Ich bin nicht der einzige, der in der Nacht schaucht. War es defektiv? Ich werde es checken. Hm. Es scheint in Arbeitsordnung zu arbeiten. Zumindest war es. Wir halten deinen Geist und holen den Generator zurück. Haben wir jetzt einen Sprung im Helm? Nein. Wohl kann es sagen. Okay. 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 Was ist das? Hm. Also ich bin nochmal gespannt. Was ist das? Nice. Mit den Boys, Alter. Let's go. Ich will erstmal spielen eine Runde Poker. Haben wir nicht den Pokertisch gesehen? Haben wir. Geht das Ding ist zu? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Das ist eh gelockt hier. Oh, shit. Ich bin trapp, Jess. Trapp? Die Plattform ist blockiert die Tür. Ich kann es nicht Remote accessieren. Die Lockdown hat alle Exterior Bulk-Head-Dores geöffnet. Blow die Blast-Doors. Oh, wenn nur. Given wie die Nacht geht, ist es nicht die Schmerz-Date? Oder hast du deine Helmhöhne ausgedrückt? Oh, es ist auf. Terraschend, dass ich nur noch was zu fragen, ist es? Hast du deine zurückgebracht? Sure. gut batterie ist am start oder was auch immer das ist denke mal dass es eine batterie ist wie entspannt er aussieht ja ja ganz entspannt hier auf dem mars am start das hat ja super funktioniert na gut ist jetzt die sicherung ich habe über die falsche taste gerückt das war sehr schwer muss ich ja zugeben aber ich wusste auch wo die a taste ist deswegen wo ist denn y das wird noch lustig werden auf jeden fall so rein da erinnert mich bis in der metro gerade wo wir unsere erste shotgun bekommen haben aber gut das gameplay habt ihr auch nie zu sehen bekommen das war nur für mich cool na doch so ein bisschen metro vibes kommen gerade auf hier hat der kameranlöser ok airlock nummer 100 let's go so und jetzt auch nach hinten kann und nirgendwo anders hin laufen wir mal ein stückchen zurück hier ach die haben einfach zugemacht ok warum sollte man denn hier wieder hinkommen egal wir machen jetzt den schalter auf und fahren weiter hätte sein können dass hier noch was versteckt ist so ist halt nicht meistens so mhm wir schauen uns mal hier durch au 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 so ob wir wieder a drücken müssen oder ob jetzt eine y taste dazu kommt ich bin bereit ich bin bereit jetzt wieder a hui das war knappi bumm ach das war so klar alter na gut dann gehen wir halt zu fuß kein ding ich wünsche mich auch gerne in so einer marsstation einfach in die dunkelheit licht an licht an so spätestens jetzt gibt es doch so spätestens jetzt gibt es doch mhm die lampe reicht ja weit naja mhm da hinten so jetzt let's go ooooh je ich glaube schon die tür muss aber aufgehen oder sehr schön das ist schon die außenwelt hier jetzt wird es interessant jetzt wird es interessant jesse da finally oh you miss me not funny i i thought the worst that happened when your comms window interference in the tunnel or from the storm i guess ok where are you now i'm not sure i need to work my way back to the surface ach man ich dachte wir fahren den fetten mining roboter der da steht ist ja so cool man einfach mal so richtig gestein weg brettern geil oder mhm aber aber ne wir gehen einfach zu fuß ist auch cool ah vielleicht werden wir nicht enttäuscht da rüben steht noch einer wo man anscheinend hin muss wir gucken uns erstmal kurz die fahne hier an die titanen die titanen hallo ah die gute alte leiter was ob die auch richtig festgemacht ist ich weiß nicht dass du dich mit dem licht effekt ich bin ja nicht klar hier na gut ihr seht es nicht ich schon Wir schauen erstmal kurz runter, sah nämlich aus ob das ein Sicherungskasten wäre, ich behalte das mal im Hinterkopf, weil ich hier wieder so lost rumlaufen. Sehr geil, ja. Einmal nur zu gut. Einmal nur zu gut. Hat den Gott seinen Kiefer gebrochen? Ist ja ekelhaft. Mir ist gerade das Game eingefallen, was mich das erinnert. Ein bisschen Callisto-Protokoll. Ein bisschen Vibes. Hier war nichts weiter drin oder was? Okay, super dunkel, ich sehe überhaupt nichts. So. Sollten wir hin wieder? Die Kommunikationszentrale, oder? Ne, zur Wartungseinheit. Wo bin ich denn denn schon wieder hier? Ah, jetzt müssen wir in die richtige Richtung gehen. Wir testen einfach mal, ob das die richtige Richtung ist hier. Also ist das so schön. Also ist das so schön. Grafik Mh hm 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 das zeigt er denn uns nicht an Oder hat er was nicht mit gekriegt müsste doch hier vorne die Wartungseinheit.. oder? Ich dachte die ganze Zeit der Held jetzt zeigt uns an da. Schauen wir jetzt hier. Wartungseinheit, jawoll. Gibt es hier was besonderes? Ist immer lustig dass das Game auch keine Ladezeiten hat. Können wir den Eingang finden hier. Wo bist du Wartungseinheit? Der Vehikelhanger ist hier. Wir hätten doch vorne hingehen auf der vorderen Seite da. Ich dachte der Eingang ist auf der Seite. Ist er nicht. Falls jemand mal hier vorbeiläuft. Der Eingang ist natürlich auf der anderen Seite. So das sieht doch gut aus hier. Immer ins Licht gehen. Roger. I regretted already. Binde den Generator in der Wartungseinheit. Ich grad fast nicht. Das sieht doch gut aus hier. Genau mein Ding. Schön in der Werkstatt erst mal. Und erst mal was der Kollege hier zu sagen hat. Das sieht doch gut aus. Es fühlt sich großartig zu sein. Es fühlt sich so wie ich hier mache. Es fühlt sich so wie ich hier mache. Dieser Planeten, dieser Basis, kann evolutionen sein. Das ist wichtig. Wow. Ich kenne einfach wie sie. Okay. Schauen wir was hier drüben das so rumsteht. Haben alle die gleichen Anzüge. Starfield Style. So die Worker da. Ja. Why is everything after me? Die war wieder zu. Ah. Batterie. Very, very important. Aber wir schauen uns sowieso alles an. Hier gibt es was. Ich lesen auf jeden Fall erste Hilfe und noch irgendwelche anderen Taschen. gar nicht. Also wir schauen erstmal in den Rechner rein. Vielleicht können wir was freischalten. so wie Helene war doch die Frau, die jetzt da gestorben ist, oder? Schönerin. 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 Okay. So was aktuell offline. So, ich dachte man kann da irgendwas machen, ne kann man nicht, aber hier ist noch was. Sehr cool, aber ja, Starwalks sind doll. Oh, es ist eine andere Vibe. Okay, wir freuen uns über einen 3D Drucker. Auf ins Treppenhaus, vielleicht können wir ja diesmal die, den Fahrstück gleich benutzen. Hier gibt es keinen, natürlich nicht. Oh. Generator Room. Und dann los geht's. Hier überlegen es einfach nur. Gut. So, ist halt schön. Hm. Hm. Ich habe bereits kompromisiert. Ich bin nicht able, dass ich den Generator wiederholen kann. Hm. Wie geht's mit dem anderen Generator? Es wurde sabotagiert. Natürlich. Okay, das ist alles. Du musst jetzt zurückkommen. fuck. Oh fuck. Was the fuck? Okay. Der ist ja nicht so nett. Der ist ja nicht so nett. Come in Jack? Are you okay? Central come in. Central. Roger. Das ist Central. Das ist Jessica Appleton, Fort Miner. Wir haben dein Inzidenz-Report und wir haben die Sicherheitskräfte gesetzt, um die Situation zu evaluieren. Wie lange bevor sie da sind? Nicht bis zur Warnung. Sie sind aus dem Meridiani-Plane. Bitte bleib ruhig, als du wachst. Häng in da, Jack. Ich bin auf meinem Weg. Jawohl, die fährt auch noch dahin. Let's go. Was? Was ist passiert? Wechselst die Nacht. Oh geil, jetzt darf ich erstmal eine Runde ins Fuß laufen durch den schönen Sturm. Schon ein bisschen wenig. Hallo? Irgendwie reagiert mein Controller nicht. Naja. Oder nur langsam. Gleichsam in... Oh, er ist safety first. Weißt du noch nicht, was sie jetzt da gemacht hat, aber... Die werden es auch nie rausfinden. 8 Run, 23.20 Uhr. Ich würde sagen, da wir jetzt so schön im Sturm hier stehen bleiben, packen wir das einfach in die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen und freue dich aufs nächste Mal. Bis morgen. Bye. Bis zum nächsten Mal. rig Bis zum nächsten Mal.